Lehrende stehen heute in ihrem Alltag vor vielfältigen pädagogischen und didaktischen Herausforderungen. Und es ist unbestritten, dass sie einen wichtigen Beitrag für eine wissensbasierte Gesellschaft und Wirtschaft leisten. Die Vermittlung von Wissen ohne jede Bezugnahme auf vorbestehende Leistungen ist aber nahezu unmöglich. Und sobald wir vorbestehende Leistungen einbeziehen, ist unbestritten auch das Thema Urheberrecht tangiert. Und das Thema Urheberrecht ist heute, wie wir alle wissen, aufgrund der Digitalisierung und Vernetzung in der Lebensrealität des Einzelnen, aber vor allem auch in der Lebensrealität der Schule angekommen. Da habe ich natürlich zu bedenken, dass der Umgang mit fremden Leistungen durch Lehrende an Schulen von den Lernenden sehr aktiv wahrgenommen wird und deren Sozialisierung in Bezug auf Fragen des geistigen Eigentums maßgeblich prägt. Das, was wir in Studien beobachten konnten, war, dass Lernende sehr genau und sehr kritisch wahrnehmen, was Lehrer tun, wie sie mit fremden geistigen Inhalten umgehen. Und dass es eben dann doch auffällt, wenn Lehrende auch in dieser Vorbildfunktion Eingriffe in fremde Rechte als Kavaliersdelikt abtun und hier wenig sorgsam damit umgehen. Die gute Nachricht ist, dass für Unterricht an Schulen, Universitäten und anderen Bildungseinrichtungen aus urheberrechtlicher Sicht ein großer Spielraum an Privilegierungen besteht. Das bedeutet für uns als Lehrenden, dass wir aus urheberrechtlicher Sicht meist mehr dürfen, als wir intuitiv annehmen. Doch dieser weite Spielraum unterliegt gewissen Grenzen, die es zu beachten gilt. Eine erste zentrale Grundregel dabei ist, dass nach Möglichkeit bei jedweder Verwendung von fremden Leistungen die Quelle, also die Bezugnahme auf den Urheber und eine mögliche Fundstelle erfolgt. Dies entspricht nicht nur der guten wissenschaftlichen Praxis und allgemeinen Standards in Lehre und Forschung, sondern es ist auch ein zwingendes urheberrechtliches Erfordernis. Quellenangaben sind dabei nicht etwa nur bei Zitaten, also etwa in Skripten, Präsentationen, sondern darüber hinaus auch bei der Einbeziehung von Medieninhalten, wie Fotos, Videos, Musikclips oder Ähnlichem in Lehrverträgen gesetzlich geboten. Eine zweite zentrale Grundregel ist, dass bei der Einbeziehung fremder Leistungen stets zu evaluieren ist, ob und in welchem Umfang die Einbeziehung dieser fremden Leistung zur Illustration des Unterrichts beiträgt und aus pädagogischer sowie didaktischer Sicht erforderlich ist. Das österreichische Urheberrecht räumt hier den Bildungseinrichtungen und damit den Lehrenden einen sehr weiten Beurteilungs- und Ermessensspielraum ein. Denn anders als etwa das deutsche Urheberrecht gibt es bei uns keine starren Prozentsätze, also etwa wie viele Prozent ich aus einem Buch an Seiten entnehmen darf für Zwecke der Lehre. Derartige Grenzen kennt das österreichische Urheberrecht nicht. Der Maßstab ist allein der didaktisch-pädagogische Zweck der Einbeziehung eines fremden Werks. Dessen ungeachtet muss berücksichtigt werden, dass es hier eine gewisse Einschränkung gibt, nämlich Werke, die für den Schul- und Unterrichtsgebrauch bestimmt und dafür bezeichnet sind, die dürfen natürlich nicht frei verwendet werden, weil würden die für Unterrichtszwecke frei verwendbar sein, dann hätte das zur Folge, dass diese Werke oder diese Art von Werken jeder wirtschaftlichen Verwertung beraubt wäre. In diesem Zusammenhang ist natürlich auch zu berücksichtigen, dass die Bespaßung der Lernenden kein Unterrichtszweck ist und es hat eben zur Folge, dass die Einbeziehung von Werken ohne jeden Unterrichtsbezug, ohne didaktische Rechtfertigung unzulässig ist. Das bedeutet etwa, dass ich keine Comics am Ende von Präsentationen einbeziehen darf, wenn die ohne Zusammenhang im Raum stehen. Es bedeutet auch das Ende für den berühmten Weihnachtsfilm in der Weihnachtsstunde, wenn die Filmvorführung ohne Bezug zum Unterricht erfolgt. Wer also einerseits den Grundsatz der Quellenangabe und andererseits den Grundsatz der Angemessenheit achtet und die Nutzung von Werken in Form der Verteilung von Papierkopien oder digitalen Kopien in Form des E-Learnings, des Zitats, der Vorführung im Unterricht, an diesen Grundsätzen ausrichtet, der hat bereits gewonnen. Zu beachten bleibt aber, dass für Software und Datenbanken Sonderregeln gelten. Dies bedeutet etwa, dass Computerprogramme, selbst wenn dies für den Unterricht erforderlich wäre, nicht ohne Zustimmung, das heißt ohne Lizenz, an die Schüler verteilt werden darf. Weiters ist zu berücksichtigen, dass zwar der Wortlaut des Urheberrechts den Lehrenden einen sehr breiten Ermessensspielraum einräumt, aber fraglich ist, ob dieser Spielraum auch die Nutzung von Werken aus illegalen Quellen erlaubt. Ungeachtet dieser urheberrechtlichen Feinheit sei aber doch darauf hingewiesen, dass die Nutzung fremder Werke aus illegalen Quellen, also etwa das Streamen von Filmen, von illegalen Plattformen nur im Ausnahmefall zulässig sein wird, wenn etwa legale Quellen nicht verfügbar sind, also die illegale Quelle die einzig mögliche Bezugsquelle für einen Inhalt ist und es also keine Möglichkeit gibt, auf legale Quellen auszuweichen. Und letztlich bleibt auch weiter zu berücksichtigen, dass man natürlich durch die Nutzung und Einbeziehung illegaler Quellen in den Unterricht natürlich wiederum einen Beitrag, einen falschen Beitrag für die Sozialisierung von Schülerinnen und Schülern in Bezug auf Rechte des Geistigen Eigentums leisten. Unterricht und Lehre haben heute, und das ist unbestritten, die Grenzen des Klassenzimmers längst verlassen und finden heute zunehmend, zumindest begleitend, virtuell statt. Neben den bereits erwähnten Grundsätzen enthält nun die Bestimmung des § 42g Urheberrechtsgesetz eine Reihe von Konkretisierungen für die freie Werknutzung im Rahmen von E-Learning. Nach dieser Bestimmung dürfen Schulen, Universitäten und andere Bildungseinrichtungen Werke für Unterrichts- und Lehrzwecke Lernenden online zugänglich machen, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind. Erstens, das Werk muss der Veranschaulichung des Unterrichts dienen, also im weitesten Sinn die Einbeziehung didaktisch, pädagogisch erforderlich sein und den zu vermittelnden Stoff illustrativ in das Unterrichtsgeschehen einzubeziehen. Weiters ist erforderlich, dass eine Quellenangabe stattfindet. Dann dürfen nur veröffentlichte Werke herangezogen werden. Als veröffentlicht gilt alles, was mit Willen des Urhebers der Öffentlichkeit zugänglich gemacht ist. Also Publikationen in Zeitschriften, Bücher, Internetpublikationen, all das ist erfasst, sofern es mit dem Willen des Urhebers öffentlich zugänglich gemacht ist. Dann darf die Online-Aktivität des E-Learning nicht zu kommerziellen Zwecken erfolgen. Das ist aber bei Schulen unbestritten, das ist sogar bei Privatschulen unbestritten, weil an der Privatschule ist ja das Schulgeld Teil der Finanzierung der Bildungseinrichtung, aber kein Entgelt für die E-Learning-Aktivität als solches. Dann dürfen keine Werke verwendet werden, die zum Schul- oder Unterrichtsgebrauch bestimmt sind. Die Einschränkung hatte ich bereits erwähnt. Und eine weitere Einschränkung besteht in Bezug auf Filmwerke, denn Filme dürfen nur insofern im Rahmen von E-Learning-Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden, als deren Erstaufführung mindestens zwei Jahre zurückliegt. Liegen also diese Voraussetzungen vor, dann dürfen Schulen, Universitäten und andere Bildungseinrichtungen im jeweils gerechtfertigten Umfang auf ihren E-Learning-Plattformen Lernenden die fraglichen Werke online zugänglich machen. Dabei ist allerdings zu beachten, dass der Zugang auf jene Lernenden zu beschränken ist, die von der jeweiligen Lehrveranstaltung betroffen sind, also auf die jeweilige Schulklasse oder auf die Teilnehmer der Lehrveranstaltung bei anderen Bildungseinrichtungen. Was also nicht geht, ist, dass ich die E-Learning-Plattform etwa für alle Angehörigen einer Schule öffne. Das wäre zu weit. Ich muss es tatsächlich auf den engen Kreis der konkreten Unterrichtsteilnehmer beschränken. Wie groß dieser Kreis ist, darüber gibt es Gesetz allerdings keine Auskunft, sodass wir also davon ausgehen können, dass dieser Kreis beliebig groß sein kann. In Deutschland gibt es etwa eine Entscheidung zu einer Fernhochschule, wo über 2000 Studierende an einer Fernlehrveranstaltung teilgenommen haben und das auch noch als so ein bestimmt abgegrenzter Personenkreis gegolten hat. Also das heißt, auf die Menge kommt es nicht an. Es ist die Qualität maßgeblich, dass ich also alle Lehrveranstaltungsteilnehmer oder eben diese eine Schulklasse erfasse und nur für die diese Inhalte freigebe. Der Austausch von Unterrichtsmaterialien ist immer dann unproblematisch, wenn es sich um eigene Inhalte handelt. Dabei ist es auch völlig unschädlich, wenn ich Fremdinhalte einbeziehe, solange sich diese Einbeziehung im Rahmen des gesetzlichen Zitatrechts des § 42f Urheberrechtsgesetz bewegt. Solche Materialien können dann in Printform, aber auch in digitaler Form mit den Kolleginnen und Kollegen geteilt werden. Problematisch ist aber die berufliche Weitergabe von Kopien fremder Werke in digitaler Form. Während nämlich die interne Weitergabe von Papierkopien im Kolleginnen und Kreis durch eine freie Werknutzung ausdrücklich gedeckt ist, ist die Übermittlung in digitaler Form im Rahmen der Bedrufsausübung grundsätzlich zu unterlassen. Davon unberührt bleibt aber, soweit es sich im privaten, persönlichen Bereich bewegt, die Weitergabe von analogen und digitalen Privatkopien im persönlichen Familien- und Bekanntenkreis. Was bedeutet das nun? Das bedeutet, dass wir, wenn wir digitale Inhalte im Kolleginnen und Kreis teilen wollen, auf offene Inhalte zurückgreifen müssen. Dies bedeutet etwa, dass wir Inhalte nützen, die unter Creative Commons lizenziert sind, die als Open Access publiziert sind und etwa über die wissenschaftlichen Repositorien der Universitäten oder anderer Forschungseinrichtungen zugänglich sind. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.